Hallo und herzlich Willkommen Mutsi auf unserer kleinen Insel Skys related Minecraft Hashtag und so hast du nicht gesehen. Ja voll durcheinander wieder. Wie geht's dir? Alles klar bei dir? Ja alles frech in der Unterwäsch. Alles super. Das ist der Dritt. Bitte. Hm. Polaroid, Obsidian und Lead Ingot. Äh. Brauch sie nicht. Pulverized Lead? Ach ne. Geht auch so. Aber sie braucht acht Stück. Acht Pulverized Obsidian. Ob Ob Obsidian Prost. Tadaa. Kipfeuer ist klar. So, was wollte ich jetzt machen? Äh, ich brauch noch einen Netherwarzen. Und das durch Durchfall. Äh, bitte. Hä? Warum fehlt denn hier eine Netherwarzen? Mal erreichen. Wer hat denn hier Netherwarzen abgebaut und keine neuen gepflanzt? Kinz? Oh, das war dann wohl ich. Ups. Ups, Entschuldigung. Wollte nicht. Ich glaub, das ist das erste Mal, dass wir den, äh, den, äh, den Brewer benutzen. Echt? Ich glaub ja. Oh. Also, ich hoffe mal, dass es klappt. Machen wir jetzt mal Wasser rein. Wasser, 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 Wasser rein. Wasser, Wasser, Wasser rein. Und dann Netherwarz. Also Fluiddupts haben wir jetzt genug, ne? Nur damit Bescheid weißt. Oh. Okay. Wie viel hast du denn gemacht? Ähm, so ungefähr 80? Weil? Weil ich, äh, Geistesabwesen war? Also, wie immer. Ach, nein. Ich muss ja den, den versetzen. Aber der kann einfach da rüber und dann kommt ein Fluiddukt. Alles klar. Oh, das ist aber hier ein bisschen. Der kommt hier aus dem Meer. Da ist der. Alles klar. Das kann kurz weg. Was ist das überhaupt? Warum? Kann ja gar nicht funktionieren, so. Wo, wo macht denn der Strom draus? Aus Charcoal? Ach so. Redstone Furnace pumpt es raus. Okay. Für einen Notoka ist es wieder völlig zusammenhangsloser Shit. Ich, ja. Wollte ich gerade sagen. Aber so mag ich es. Nö. Warum haben wir keinen Blaze Rod? Mach, wenn ein Blaze Rod ist. Hast du noch zufällig einen Blaze Rod? Ne. Nicht wirklich. Das Geile ist, also wenn ich das, äh, richtig verstehe, ähm, braucht man einen, äh, äh, fertigen Trank, um dann quasi dem Auto Purr das Ergebnis für den Trank zu geben. Also du musst schon mindestens einen gemacht haben, damit der richtig funktioniert. Ah. Das ist irgendwie, äh, sinnfrei. Naja. Ja. Oh nein. Wir haben noch einen ausgezeichnet. Äh, Brewing Station, Brewing Stand. Das ist ja einfach. Der Glacial Extruder müsste hier stehen, da an der Ecke, ja. Richtig? Nein, falsch, ganz falsch. Äh. Fünf Punkte Abzug. Warte. Doch, da ist er doch. Ähm, ja, blöd, bin wieder runtergefallen. Hä? Naja. Äh, kann man auch nicht stacken. Ja, dann packe ich da halt auch noch ein bisschen rein. Ne, nehme ich wieder raus, kommt ins System, ist ja gleich nebenan. Hm, dann komme ich da ran. Ne, ich brauche mal ein Jetpack aufgeladen, anders geht es nicht. Oh, das ist ja alles noch länger. Manchmal hätte ich echt große Lust noch ein neues Jetpack zu machen. Ein besseres. Aber dann... Dann mach halt... Ne, dann, in dem Moment gucke ich mir dann halt die Crafting Rezepte an. Und dann ändert sich meine Meinung auch ganz schnell wieder. Ganz komisch ist das. Als würde das irgendwie miteinander zusammenhängen, ne? Ja, ne? Das ist mysteriös. Ach, man kann drei Potions auf einmal machen? Das ist ja cool. Dann geht's ja viel schneller. Ja. Ja, getroffen. Und dann muss ich entweder den Stein wegnehmen, aber ich nehme den Stein weg. Zack, äh, zack, äh, zack. Oh, ich höre Endermänner. Ja, hab ich auch. Hab ich auch gehört. Was ist das überhaupt noch? Das Endermänner ist so ein Mob. Ne. Mein... Aber trotzdem brauche ich jetzt noch, äh, Menonen. Hm. Hm. Gibt's doch gar nicht. Melon. Ähm. Melon. Ähm. Melon Seeds. Ähm. Beim, äh, sieben von Erde kommen die raus. Dann müssen wir doch schon welche haben. Müssen wir welche haben, natürlich. Ja, die sehen auch ganz anders aus. Die sehen aus wie ein, wie so ein Tütchen halt bei mir im Dings Pack. Vielleicht habe ich es deswegen übersehen. Ich guck mal nochmal. Ah. Ach so, ah, kann ich nicht durch so. Muss ich von der anderen Seite kommen. Äh. Dann nehme ich halt den Stein auch noch weg. Da, da. Pumpkin. Melon Seeds. Yay. Zwei Stück. Sehr gut. Ich mach mal ne kleine Melonen Farm irgendwo. Oh. Wofür brauchst du ne Melonen eigentlich? Äh. Um Heilungs, ähm, Potions zu machen. Damit ich hier dieses Blutgedöns fertig bekomme. Ja. Erde müsste ja hier unten irgendwo sein, oder? Wo ist hier Erde? Ähm. Da hinten beim, die Autodirt ist hier. Hier rechts. Oh, hier sind auch. Schau mir mal ein Stack mit. Haha. Das sind nur dreißig Erde, äh, drei Stacks Erde drin. Gott. Irgendwas läuft hier nicht ganz rund. Sag mal, hier vorm, äh, Burger King kannst du doch eigentlich so ein bisschen in der Erde, äh, also, äh, Dings Pflanzen, ne? Melons. Melonen. Ja. Ja, warum nicht? Aber wir haben hinten noch Felder frei, ne? Die ehemaligen Karotten und Weizenfarmen. Ah, das stimmt. Dann brauchst du noch nicht mal die Hau benutzen. Auch stimmt, ich müsste ja auch noch eine Hau benutzen. Ich hab gerade versucht, das direkt auf dem Gras anzupflanzen. Hab ich gewundert, warum es nicht geht. So, Knochen sind doch auch noch irgendwo hier sicher. Und das ganze Antaste B schleunieren. Ja, Knochen. Knochen. So, jetzt haben wir nur noch 39 Fluiducts. Wo ist der Rest? Gesterb hat? Ach, da. Ein Kabel-Stone-System, der kommt auch immer gut. Mal gucken, ob's läuft. Jo. Nein, tut's nicht, weil er keinen Strom hat. Kriegt der Glacial Intruder vom Intruder? Wo kriegt denn der Strom her? Warum kriegt denn der keinen Strom? Der kriegt keinen Strom. Und wie betreiben wir den? Äh, also momentan kriegt der auf jeden Fall keinen Strom. Äh, da muss ich auch noch eine Energiekonduit hinleiten. Warum steht jetzt da Pumpkin? Hallo? Ach. Ja, kann ich doch von unten bespeisen, oder nicht? Von deinem Magma-System. Oh, ich hab keine Energiekonduit. Ich hab nur eine. Puh. Hoffentlich haben wir Redstone. 15. Ja, das reicht. Ah, sie hat wahrscheinlich wieder die komplett falschen gemacht. Äh, Leadstone Energy Conduit. So. Dafür braucht man normales Glas und Lead. Ah, ja, Glas. Ah, gut, dass du das grad sagst, ich mach auch grad welche. Hä? Ach, Lead nach außen, Glas in der Mitte. Alles klar. So war das. Du hast das nicht richtig gesagt, heißt jetzt schon wieder. Wie immer. Echt? Ja, ja. Geil. Jetzt kommt aus der... Ich verstehe das hin. Jetzt kommt aus dieser... dieser Frucht, die eben noch Pumpkin hieß, kommt jetzt eine Melone ausgewachsen. Hä? Ja. Genau das. Juhu. Melonen. Ähm. So, pflanzen wir noch ein paar an. Upsa. Dann kommt das Ganze. Da. 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 Beschleunigen wir das Wachstum. Ich zwack ein bisschen System, äh, Energie meine ich von deinem ME System ab. Nein, nicht von meinem ME System. Warum nicht? Ja doch genau. Hör auf. Natürlich. Ah, was? Ich hab nicht genügend. Also wenn ich das sehe, hat der 2000 MJ stored. Das sind 200.000 RF. Glaube ich. Ja, kommt hin. Ich, boah, ich halte ein Auge drauf, keine Angst. Äh, warum kriegen wir denn diese Energy-Kunde jetzt nicht hin? Das ist doch... Jetzt hab ich nicht... Das ist doch voll Kinderkacke. Nee, reicht nicht. Oh, kein Redstone mehr. Äh. Nee, das sind doch die richtigen. Haben wir hier Redstone Energy? Hab Redstone Energy. Hab Redstone Energy. Ja. Ach, die hat das Redstone Energy Conrad gemacht. Ja, aber ich bin mir eigentlich... Ach, das ist aber doch richtig. Ach nein. Aber dafür brauchst du sie doch gerne. Das hast du ja gerade hier gemacht, deswegen war sie bei unserem Inductive gewöhnt. Ah, ja, dann hat sie das falsche gemacht. Aber ich hab vorhin schon geschrieben, Leadstone Energy Conrad. Also... Hab ich jetzt nicht wirklich falsch geschrieben. Hm. Äh. Was sagt die Zeit? Äh, 13 Minuten. Alles nur im grünen Bereich. Ja, locker. Kommen wir irgendwie länger vor, grad schon. Nicht, dass es langweilig wär hier. Ja. Nein, das ist es nicht. Absolut nicht. Und das macht mir richtig Spaß. Ich freu mich auch drauf, wenn... Oh, wie süß. ...Montag oder Donnerstag ist. Ja. Ich auch. Muss ich sagen, wie es ist. Okay, das wundert mich jetzt. Aber das ist nicht schlimm. Was machst du eigentlich da oben? Ja, der Lava Generator verliert ein bisschen an Kapazität. Was machst du da? Du sollst da nichts abzwacken, hab ich dir gerade eben gesagt. Warum nicht? Weil, wenn der keine Energie mehr hat, kommen wir nicht mehr an unsere Sachen. Weiß. Ja, das da ist scheiße, wenn die Energie sinkt. Ja, aber das ist nur solange er arbeitet. Danach geht's wieder hoch. Ja, aber der arbeitet die ganze Zeit. Oh nein. Was soll ich denn sonst machen? Wo soll ich denn Energie nehmen? Hallo, wir haben da ein Atomkraftwerk. Merkst du was? Ja, aber das ist so weit weg. Da muss ich noch mehr Kabel machen. Ja und? Aber ich hab jetzt eine Redstone. Na gut, mach ich das. Ich hab grad schon ne Leitung gelegt. Ich hab schon gearbeitet. Mann, 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 Mann. Mann, 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 Mann. Okay, dann mach ich halt noch mehr Leitung. Auf gut Glück. Wo kommt nochmal eine Redstone raus, das ich gleich neu machen kann? Da müsste aber eigentlich noch ziemlich viel da sein, oder? Oder hast du dir in den Hallen verbraucht? Ich bin gerade am verbrauchen. Ich bin gerade am verbrauchen. Gibst du mir dann gleich die Leitung? Nö, die liegt schon. Ich weiß nicht, wie viel ich brauche. Was? Die liegt schon. Ich helfe dir bei deinem Energieversorgungsproblem-Engpass. Oh. Du bist ja ein Schnuckelchen. Ich muss grad mein Jetpack laden. Ich auch. Ich muss momentan eh ein bisschen drauf warten, dass die Pumpkins bzw. die anderen Dings wachsen. So, dann schauen wir mal. Warum nimmst du nicht die Gießkanne? Ja, weil das nicht so 100% klappt bei denen. Achso. Ähm, ich helfe dir. Ich helfe, ich helfe mir. Wie immer. Also gut. Ich hab ja eben gesehen, wo die lang geht. Äh, was? Ne, ne, ne. Ich mach das. Alles gut. Okay. Ja, ich... Du meinst, du willst hier ran, ne? Ich, äh, bin so gut wie da dran. Verdammt, wenn ich treffen würd. Okay. Ich hab die Dinger zu setzen. Oh, sie ist wieder da. So. Da ist jetzt Energie dran. Beziehungsweise. Tschüss, Mondsee. Zack. Zack. Das ist leider heilig. Ja, wenn sie wüsste, was ich hier grad geben wollte. Von, äh... Na gut. Von hier kannst du ja jetzt quasi bis zum Atomkraftwerk. Ähm, mir wäre ganz lieb, wenn du das Ding hier dran vorbeiführst. Hier so, hier so, hier so. Und dann hier in meinem Labor durch den Boden führst, wie ich hier schon angefangen hab. Weißt du? Wolltest du da Cover rauf machen? Ja, später. Hier einfach mitten durch? Ja, ne, ne. Da, wo es ist, einfach geradeaus weiter. Kann auch. Okay, wir haben kein Problem. Dann mach ich die Steine hier weg. Äh, ja. Ich geh mal nach den Dingern gucken. Nach den Melonis. Melon. Jetzt wollte er Melon. Jetzt wollte er Melon. Jetzt wollte er Melon. Melon, 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 Melon. Oh, sind noch vier gewachsen. Melon, 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 Melon. Das ist doch ausgezeichnet. So, dann pflanze ich noch zwei weitere. Eins, zwei. Dann kann ich, ich kann doch auf den Leitungen laufen. Ja. Kann ich doch auch so tun. Ist ja viel einfacher. So. Kann sogar mit Schiff drauflaufen. Naja, es ist ja wie ein ganz normaler Block. Oh, mein Musik ist gerade abgeschmiert. Naja, gut, dann bleibst du halt jetzt ruhig für den Rest. Oh, ich hab nur noch sieben. Gut, dass ich keine verschenkt hab. Quatsch. Oh, ihr vergoldete Melonen. So, jetzt steht die Leitung. Jetzt müsste er ja laufen. Aber, ja, doch. Yo, Eis. Sehr schön. Dann lass ich mal Eis produzieren. Jetzt hat er unendlich. Was? Wo ist das Wasser? Golden Nuggets. Dann muss ich jetzt nochmal in den Keller und schauen, was da los ist. Die Leitung ist doch da. Wo ist dein Problem? Was für ne Leitung denn? Und da ist auch Wasser in der Leitung. Aber manchmal steht da halt empty. Ja. Wahrscheinlich registriert das System das erst, wenn ich länger drauf schaue. Ja. Also in der Leitung ist komplett Wasser. Ach. Ich hab die Maschine nicht richtig eingestellt. Wahrscheinlich. Ach, Amateur. Rune. So, wo muss ich hin? Ach, Quatsch. Muss ja gar nicht hier in den Keller. Wenn ich ein Amateur bin, dann bist du ein Annaltyr. Und? Das macht mehr Spaß. Ja, jetzt kriegt er Wasser. Also, ich weiß nicht. Ich hab Spaß am Lernen. Von daher bin ich wohl gerne Amateur. Aber das bin ich dann ja nicht mehr lange, wenn ich Spaß am Lernen hab. Ja, ja, Spaß am Lernen. Oh, den kann ich scannen. Wen? Danke für... Ach so, den Jack O'Lantern? Ja. Genau. Kein Ding, so bin ich halt zu dir. Immer freundlich und nett. Finde ich fett. Bitte, wärst fett. Deine... Aber du bist doch gar nicht verheiratet, ne? Ne. Gut, gut. Glasfiale weg. Glowstone-Cover weg. Also, was könnte ich denn jetzt nochmal kurz... Also, ich hab jetzt, ähm... Shards hab ich ein bisschen gesichert. Ich hoffe, ich komme mit, ähm... Water Shards aus. Was brauch ich denn noch? Also, ich kann jetzt... Ah ja, Enchanted Fabric kann ich machen. Okay, und darauf bekomme ich aber keinen Zugriff auf andere Dinge. Ich hab genügend Motors vor Paving Stone of Warding. Cool. Ich weiß schon wieder nicht, was er da redet. Paving Stone. Oh, Paving Stone of Travel. Da könnte ich mir mal ein paar von bauen, eigentlich. Wui! Für unsere Straße. Ja, ich glaub, das mach ich. Für unsere Straße. Wir haben eine Straße. Ganz einfachen Stein. Ja, ich kann... Ich kann ein Turbo in die Straße einbauen. Okay. Ein Laufturbo. Ja, das klingt doch ausgezeichnet. Der... Der stackt sogar mit Haste auf den Schuhen. Ähm, aber... Ich brauche Stein dafür. Das heißt, ich muss mal den Firmenz belegen. Ja, ja, mach du. Ähm... Do what you wanna do. Ähm... 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 Ich brauche einiges an Cobblestone dafür. Also, ne, Cobblestone nicht. Ähm... 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 Oh, ja. Noch 130... Oh, wir müssen langsam Karotten nachsorgen. Oh, scheiße, nicht so viel. Ich hab gedacht, du, äh... Hast die automatisiert. Ja... Ähm... Hab ich. Das ist richtig. Scheint wohl nicht so zu klappen, oder? Du musst einfach mal, äh... Ähm... Ja... 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 Dann muss ich jetzt einfach mal, äh... Holz zerstören... Wow... Extrem... Ja, ich hol noch mal eben... Entschuldigung, ähm... Wir sehen uns dann hoffentlich morgen wieder. Tschau! Tschau!